Stefan Osterhaus hat sich auf die Spuren von Karl Schmidt begeben. Die Aussicht vom Schwarzenberg aus hat er besonders geschätzt. Woche für Woche kam er hierher. Ein Ritual, das der alte Mann pflegte, solange die Füße ihn trugen. Von den Ruinen der Burg blickt er ins Tal, auf bewaldete Hügel, auf die Gipfel der Berge. Hier in der Abgeschiedenheit des märkischen Sauerlands, nur eine halbe Autostunde von den Industriehallen des Ruhrgebiets entfernt, nimmt die Geschichte ihren Anfang. Der Staat ist dieses kleine Nestblättenberg. Die soziale Situation, ein kaufmännischer Angestellter in bescheidenen Verhältnissen, der von der Mosel kam. Das heißt katholisch, streng katholisch, also eine sehr bescheiden situierte monatliches Gehalt, 150 Mark, Familie mit einer bescheidenen Mietwohnung hier in der Nähe. Katholisch, kleinbürgerlich, bescheiden. So beschreibt Karl Schmidt in einem Radiointerview von 1971 das Milieu, in das er am 11. Juli 1888 in Plettenberg hineingeboren wurde. Karl mit C und Schmidt mit Doppel-T, Jurist, Staats- und Verfassungsrechtler. Einer der einflussreichsten Intellektuellen der Weimarer Republik. Ein Rechtsphilosoph von Weltrang. Doch die Rundfunkjournalisten, denen Karl Schmidt damals in einem langen Interview Einblick in seine Biografie und seine Gedankenwelt gewährte, näherten sich ihm mit äußerster Vorsicht. Dafür gab es Gründe. Dieser Mann, der sein Leben lang politische Mythen analysiert hat, ist offenbar selbst ein Mythos und ein Opfer von Vorurteilen geworden. Er ist weit mehr als das, was man eine umstrittene Persönlichkeit nennt. Den einen gilt er als Kronjurist des Dritten Reiches, der entscheidend zur Zerstörung der Weimarer Republik beigetragen hat, auch was ihre intellektuellen und staatsrechtlichen Grundlagen betrifft. Andere wiederum halten ihn für einen der größten Rechtsgelehrten des 20. Jahrhunderts und für einen der bedeutendsten politischen Theoretiker, der mit dem Freund-Feind-Verhältnis und dem Dezisionismus die grundlegenden Kategorien des politischen, ja, den Begriff des politischen Schlechthin entdeckt habe. Karl Schmidt geht von den Thesen aus, dass sich politisches Handeln allein nach dem Gegensatz von Freund und Feind strukturiere und dass sich politische Entscheidungen letztlich nicht rational begründen ließen. Das alles war recht freundlich und bemerkenswert wertfrei formuliert, angesichts der Biografie Schmitz. Denn mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war er verfemt. Sein Engagement für die Nationalsozialisten, die ihn zum Staatsrat ernannten, seine Mitarbeit an prägenden Gesetzesvorlagen und sein Eintritt in die Partei machten ihn untragbar. Auch aus seinem Antisemitismus machte er kein Geheimnis. Zwar wurde in Nürnberg vor dem Kriegsverbrechertribunal keine Anklage gegen ihn erhoben, doch an deutschen Universitäten kam der Juraprofessor nicht mehr unter. Und so zog er sich zurück, in jenes Milieu, aus dem er stammte, nach Plettenberg, in die Sicherheit des Schweigens, wie er es pathetisch nannte. So, jetzt rechterhand ist das Begräbnis von Karl Schmitt und seiner Frau. Und das war also ein großes Begräbnis, einschließlich der Nachbarbegräbnisse, wo also die Eltern von Karl Schmitt beerdigt sind. Sowohl er als auch seine Frau, als auch die Asche der Sekretärin, Sekretärin bzw. Haushalterin, Fräulein Stand, die sind also hier bestattet. Frau Stand wollte eigentlich zu Füßen ihres Chefs beerdigt werden, ähnlich wie Länchen Demut zu Füßen von Karl Marx nicht. Ernst Hüßmert war der engste Vertraute Schmitz. Ja, viele sagen, er war sein einziger Freund. Wer etwas über Schmitt, sein Leben und sein diskretes Wirken erfahren will, der wird ohne die Erzählungen Hüßmerts nicht auskommen. Ein wandelnder Anekdotenquell ist er, der ehemalige Ingenieur der Firma Krupp. Er war 19, als er Schmitt zum ersten Mal begegnete. Ein Mann aus einer anderen Generation. Und doch hatten die beiden Männer sich viel zu erzählen. 1948, als Karl Schmitt von Nürnberg aus nach Plettenberg kam und seine Schwester, die Klavierlehrerin, organisierte einen Geburtstagabend, der unter dem Titel An den Mond stand. Da wurde natürlich Goethe rezitiert und es wurde Claire de Lune auf dem Klavier gespielt und so weiter. Das war eigentlich sehr schön. Und ich kam dann mit Goldschmidt ins Gespräch. Das Gespräch kreiste um Dichtung. Sie verstanden sich gut. Und es blieb nicht bei diesem Treffen zum Geburtstag. Es wurden mehr und mehr. Der Kontakt riss bis zum Tode Schmitz nicht ab. Und noch immer prägt Schmitt das Leben Hüßmerts. Er verwaltet den Nachlass, er kümmert sich um die Herausgabe der Tagebücher. Die Herausgeberschaft empfindet er Das ist eine Verpflichtung, die sich also aus mehr als 100 gemeinsam gelehrten Pullenwein ergeben hat. Dieser aus dem Geist des Weines erwachsenen Pflicht will er sich gar nicht entziehen. Zeitlebens schätzte Hüßmert den intellektuellen Austausch. Und so ist er auch in der Karl-Schmidt-Gesellschaft engagiert. Seit 2007 gibt es die Gesellschaft, die sich einer kritischen Auseinandersetzung mit Schmidt verschrieben hat. Kritisch, darauf liegt die Betonung, denn Schmitz' Werk wird in den letzten Jahren immer häufiger rezipiert. Und manch einer glaubt, dass der Essayist Schmidt ein paar zeitlos aktuelle Texte vorlegte. Denn bei Schmidt geht es nicht um theoretisches Kleingeld, es geht ums Grundsätzliche. Das Freund-Feind-Schema und der Souverän. Es sind die zentralen Begriffe im Werk Schmitz aus der Vorkriegszeit. Der Begriff des Politischen und die Politische Theologie werden noch heute diskutiert. Auf jeweils nur wenigen Seiten argumentiert Schmidt, ein brillanter Essayist, der mit dem schwerfälligen Jargon der Kollegen nichts zu tun hat. Sprache, das war die mächtigste Waffe Schmitz. Er verstand es, Begriffe zu prägen, aus der Sprache zu schöpfen, Formeln zu finden, Schlagworte schillernde Passepartous, wie es ein Kritiker einmal genannt hat. Anwendbar in jeder Lage, ohne dass man vielleicht so ganz genau weiß, worüber man spricht. Also ziemlich genau das, was einen Klassiker ausmacht. Die spezifisch-politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. So heißt es im Begriff des Politischen. Der Politikwissenschaftler Dolph Sternberger, der den Frieden stets als Ziel aller politischen Bemühungen formulierte, erklärte einmal, dass Schmitz' Definition jeder Auseinandersetzung von vornherein einen tödlichen Ernst verleihe. Seine »Politische Theologie« eröffnet Schmitz mit seinem berühmtesten Zitat. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Der Souverän. Zusammen mit der Unterscheidung von Freund und Feind war die Definition und Legitimation staatlicher Macht das Lieblingsthema Schmitz. Die These Schmitz hat einen einfachen Ausgangspunkt. Er geht davon aus, dass alle Begriffe, die das moderne Staatsrecht kennt, theologische Begriffe sind. Begriffe, die im Laufe der Jahrhunderte einen Säkularisierungsprozess durchlaufen haben. Der omnipräsente Gesetzgeber findet seine Entsprechung in Gott. Das einzige Wesen, das nach theologischem Verständnis omnipräsent sein kann. Schmitz, so erklärt der Jurist und Dominikanerpriester Wolfgang Spindler, betreibe so eine ganz klassische Strukturanalogie. Und darüber hinaus vermochte die Kirche dem kunstsinnigen Schmitz noch mehr zu bieten. Es ist der Blick eines Juristen auf das Katholische. Das heißt, er war fasziniert von der weltgeschlechtlichen Machtform der Kirche, von ihrer Fähigkeit juridisch zu denken und zu entscheiden und auch von ihrer künstlerischen Tradition. Die Kirche hat ja immer Künstler gefördert und er hatte auch selber eine künstlerische Ader, war mit Künstlern des Expressionismus befreundet. Und ich glaube, das war es, was ihn so faszinierte. Und da entdeckte er auch gewisse Parallelen zur Jurisprudenz und ihrer Entwicklung. Einen Geistesverwandten fand Schmidt im Spanier, Juan Donoso Cortés, einem Diplomaten und Politiker. Jede große politische Frage schließt stets auch eine große religiöse Frage mit ein. Nach der Französischen Revolution von 1789 sei die Gewaltenteilung an die Stelle der Trinität, der Dreifaltigkeit getreten, schrieb Cortés. Wie Cortés tat Schmidt Legitimationswege im Parlament als reine Nebensache ab, Dinge, mit denen ein starker Staat sich nicht aufhalten sollte. Zur Not müsse der Souverän Recht schaffen können, ohne es tatsächlich zu haben. Die Entscheidung des Souveräns, so Schmidt, käme notfalls aus dem Nichts. Wie dies ganz praktisch aussehen kann, zeigte sich im Jahr 1934, im Jahr nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die neuen Machthaber hatten rund 200 Personen ermorden lassen, die sie als gefährlich einstuften. Unter ihnen befand sich der Stabschef der SA, Ernst Röhm, und auch der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher, den Schmidt in den Jahren zuvor juristisch beraten hatte. Schmidt legitimierte die Tat in einem Aufsatz in der Deutschen Juristenzeitung unter dem Titel Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar recht schafft. Schriften wie Der Führer schützt das Recht wurden zum Belastungsmittel in den Jahren der Nachkriegszeit. Auch vor offenem Antisemitismus scheute Schmidt nicht zurück. Doch der Flirt mit den Machthabern war nur von kurzer Dauer. Die Illusion, dass er Hitler, den er nie persönlich traf, steuern könne, die verlor sich sehr schnell. Die Alliierten nahmen ihn in Zeugenhaft. Als er 1948 aus der Nürnberger Haft freikam, war an eine Fortsetzung der einstmal zur erfolgreichen Juristenlaufbahn nicht mehr zu denken. Ein Mann wie Schmidt, so ließ sich Bundespräsident Theodor Heuss zitieren, habe am Pult einer deutschen Universität nichts mehr verloren. Doch Schmidt veröffentlichte fleißig weiter. Ob schon in keiner öffentlichen Funktion mehr tätig, war er produktiv wie eh und je. Mittlerweile ist er einer der am meisten diskutierten politischen Denker des 20. Jahrhunderts. Auch in Amerika wird er viel gelesen. Nicht wenige Kritiker glauben, dass die Bush-Regierung Handlungsanweisungen aus Schmidts Schriften für den sogenannten Krieg gegen den Terror herausgelesen habe. Die Unterscheidung von Freund und Feind, die Klassifizierung in reguläre und irreguläre Kämpfer, der Umgang mit Partisanen. Schmidt hat den Strategen ein Handwerkszeug geliefert, um zu begreifen, was der Fall ist. Theorie des Partisanen heißt das Werk, das 1963 in Plettenberg entstand. In dem schmalen Band nahm Schmidt das Ende der konventionellen Landkriege vorweg und prophezeite den Siegeszug der Partisanen. Ein Partisanenkrieg ist für Schmidt der Ausdruck absoluter Feindschaft. Die Konventionen des Kriegsrechts gelten nicht. Es ist ein entfesselter, grenzenloser Krieg. Sogar die Terroristen der Rote Armee Fraktion, der RAF, fanden Gefallen an Schmidts Thesen. Und die Sympathie war durchaus wechselseitig. Als die RAF im deutschen Herbst der deutschen Bundesregierung um Kanzler Helmut Schmidt ihre Bedingungen diktierte, quittierte Schmidt dies angeblich mit einem trockenen Ausspruch. So spricht der Staat. Dabei blieb er stets ganz Theoretiker. Denn viel kam er nicht mehr herum. Die Welt erdachte er sich vom Fuße des Schwarzenbergs aus, von seinem Refugium. Und mit der Landschaft des Sauerlandes verbannt ihn viel. Als die Zeitschrift Merian noch mehr ein Kulturblatt als ein Reisemagazin war, widmete Schmidt dem Sauerland eine Hommage. Besonders die Witterung hatte es ihm angetan. Denn Schmidt sah das Sauerland nicht schnöde als ein Mittelgebirge an, für ihn war es vom Meer beeinflusstes Land. Das atmosphärische Schauspiel der Spannungen erdhafter und maritimer Kräfte ist hier ganz unvergleichlich. Oft wechselt das Bild von Stunde zu Stunde. Ja, von Augenblick zu Augenblick. Für Schmidt war das Sauerland eine Welt großartigster Spannungen, eine Welt der Gegensätze. Hier schrieb er Land und Meer, ein auf den ersten Blick vollkommen unwissenschaftliches Buch. Es ist eine Weltgeschichte auf gerade mal 60 Seiten, die er anhand des Gegensatzes von Festland und Wasser erklärt. Ernst Hüßmert aber kann, wie viele Sauerländer, Schmidts Begeisterung für die maritime Note nur an Regentagen nachvollziehen. Wir sind ja wirklich hier in der Lüdenscheider Gegend vom Regen bevorzugt. Dennoch ließ sich Schmidt in seiner Ansicht nicht beirren. Und überhaupt, das Wasser faszinierte ihn. Es gab Tage, so erzählt Hüßmert, da habe der kleine Professor wie ein Kapitän gewirkt, wie ein Kapitän in einer ganz eigenen Mission. Er kam sich teilweise in seinem Haus hier im Sauerland als Insasse, oder Kapitän will ich nicht sagen, eines Unterseebundes vor. Er war Submarine. Submarine, das U-Boot, was für ein treffendes Bild für das diskrete Schaffen Schmidts. Untertauchen und Wirken, das tat er. Da er nicht mehr hinausging, musste die Welt eben zu ihm kommen. In Plettenberg empfing Schmidt häufig Besuch, denn der Ruf des Staatsrechtlers war noch lange nicht verhallt und die Abgeschiedenheit des Sauerlandes bot handfeste Vorteile. Letzten Endes schätzte er dieses Kapitänberg. Einfach als sein Exil. Er wusste hier, hat meine Familie einen guten Klang, hier tut mir keiner was und so weiter. Und er war doch keine sehr, sehr mutige Person. Er war immer ängstlich, dass also irgendwelche Dinge auf ihn zukämen, die er nicht parieren konnte. Das Exil, es wurde zu einem zentralen Begriff für Schmidt. Obwohl es eigentlich eine furchtbare Anmaßung war. Exil, das meint Leute wie die Gewerkschafter, die fliehen mussten, die Juden, die der Vergasung entkommen konnten, Homosexuelle und auch Regimegegner. Und doch stand er damit nicht allein da. Hatten nicht Martin Heidegger und Ernst Jünger, der Dichter, der so gern auch ein Denker gewesen wäre, und der Philosoph Heidegger, ihren Alterssitz ganz ähnlich verklärt? Sie beide hatten sich mit dem System der Nazis arrangiert. Und sie beide lebten abseits der Metropolen. Heidegger in Tottenauberg im Schwarzwald und Jünger in Wilflingen auf der Schwäbischen Alb. Doch anders als Schmidt waren ihnen die Zirkel der Nachkriegszeit nicht verschlossen. Schmidt, der Analytiker der Macht, wurde in der Jungen Bonner Republik offenbar als gefährlicher angesehen als Jünger und Heidegger. Mit Jünger verband Schmidt ein intensiver Kontakt. Wenn es die Zeit erlaubte, dann kam er häufig von Wilflingen aus ins Sauerland. Auf dem Gruppenfoto zum 90. Geburtstag Schmidts ist der Herr mit dem markanten Profil nicht zu übersehen. Ähnlich waren sie sich in vielen Dingen. Als Schmidt seine Definition vom Begriff des Politischen lieferte, war Jünger nicht nur begeistert, er hatte noch lange vor dem Zweiten Weltkrieg die Bedeutung der schmidschen Formel von der Unterscheidung von Freund und Feind erkannt. Ihnen ist eine ganz besondere kriegstechnische Erfindung gelungen. Eine Mine, die lautlos explodiert. Hier fanden sich zwei konservative Anarchisten. In ihren Briefen ging es vor allem um die Literatur. Herman Melville und Edgar Allan Poe, die Visionäre der amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts, waren die Hausgötter. Doch ihr Austausch gab auch Konfliktstoff her. Ernst Hüßmert erinnert sich. Er war übrigens von Jünger auch enttäuscht, weil Jünger stets so getan hat, dass gewisse Dinge, wo er die Tipps von Schmidt gekriegt hat, dass er da nie drauf hingewiesen hat. Für Dankbarkeitsadressen war Ernst Hüßmert auch nicht zuständig. Obwohl auf der anderen Seite eben das Karl Schmidt wirklich gewurmt hat, dass Leute, die also im Sinne des nationalen Sozialismus oder Militarismus vorgearbeitet haben, dass denen der Einstieg ins Vierte Reich gelungen ist, während ihm das Dritte Reich anhängt. Auch wenn ihm die Vergangenheit nachhing, mit der Zeit fanden sich immer mehr Leute ein, die sich der Schriften des Rechtsphilosophen aus der Vorkriegszeit erinnerten. Selbst ein Kanzler ersuchte um eine Audienz. Kurt Georg Kiesinger, wie Schmidt, ein Parteigänger der Nazis, kam ins Sauerland, um mit ihm über den französischen Publizisten Tocqueville zu diskutieren. Der Besuch aus Bonn wurde aufmerksam registriert, vor allem jenseits der deutsch-deutschen Grenze, im ganz realen Sozialismus der DDR, was Schmidt sehr amüsierte. Das wurde mit Riesenschlagzeilen auf der ersten Seite dieser, wie heißt der, Neue Deutschland da in der Ostzone. Das müssten Sie mal sehen, nicht wahr? Dabei war der Besuch des Kanzlers in Wirklichkeit ein Einzelfall. Es waren vor allem Publizisten, Journalisten und junge Juristen, die nach Plettenberg kamen, um mit Schmidt über Begriffe wie Macht, Liberalismus und Legalität zu diskutieren. Die großen Themen eben. Schmidt war streitbar. An Diskussionen mit ihm ließen sich Argumente schärfen. Bald erhielt der lose Zirkel einen Namen. System Plettenberg. Ja, System Plettenberg heißt einfach, dass ein Privatgelehrter dort einflussreich, nicht nur Politik, sondern auch das Denken beeinflusst, also Philosophie betreibt. Es blieb nicht allein beim Philosophieren. In komplizierten Fragen suchten selbst einflussreiche Journalisten der Bonner Republik den Austausch mit Schmidt. Einer kam aus Hamburg ins Sauerland. Rudolf Augstein, der Spiegel-Herausgeber. Er konsultierte den Juristen in einer heiklen Angelegenheit. Eine Spiegel-Ausgabe war wegen Enthüllungen aus dem Geheimdienstmilieu auf Drängen des Bundeskanzlers Konrad Adenauer beschlagnahmt worden. In Plettenberg empfing Schmidt den Publizisten Johannes Gross und den späteren Politikberater Rüdiger Altmann, der sich entschieden an Schmidts Antisemitismus stieß und der den Professor einmal zurechtwies. Alexandre Kojew, der Philosoph und Hegel-Exeget aus Frankreich, er kam hierher und zog ein bemerkenswertes Fazit. Karl Schmidt sei der Einzige, mit dem es sich in Deutschland zu diskutieren lohne. Auch Jakob Taubes, der jüdische Religionsphilosoph, ließ sich nach Plettenberg chauffieren, um mit Schmidt über den heiligen Paulus zu sprechen. Besonders intensiv aber war der Austausch mit einem jungen Mann, der später als ein Herold des Rechtsstaats in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen sollte, Ernst Wolfgang Böckenförde. Der Rechtsphilosoph aus Freiburg war als Bundesverfassungsrichter an prägenden Urteilen beteiligt. Zur Studienzeit fand Böckenförde den Weg vom westfälischen Münster aus ins Sauerland. Da haben wir dann, mein Bruder und ich, ihm geschrieben, ob wir ihn mal besuchen dürften. Da kriegten wir eine freundliche Antwort, wir sollten mal kommen und dann haben wir ihn besucht. Und das war dann so ein Gespräch von einer Dreiviertelstunde und so weiter. Ja, aber dann hatte er doch wohl den Eindruck, dass da der geistige Vorrat der jungen Leute erschöpft war. Und dann hat er uns seine Bibliothek gezeigt, bis wir wieder abgeholt wurden. Es war der Beginn eines langen Austausches, in dessen Mittelpunkt das Staatsrecht stand. Und Schmidt hatte sich mittlerweile in seiner Rolle eingerichtet. Er zelebrierte seinen Status als intellektueller Desperado, sichtbar für jeden, der sich in seine Nähe wagte. Denn Ende der 60er erwarb Schmidts Haushälterin ein Grundstück in Pasel, 9 Kilometer von Plettenberg entfernt. Hier hatte Schmidt noch mehr Ruhe. Er verschwand vollständig aus dem Stadtleben. Hier entstand ein Bungalow und vor dem Haus eine Vegetation, die Namen und Geschichte hat. Diese beiden Lebensbäume hier, die hießen zur Zeit, Karl Schmidts, Philemon und Bausis. Das alte Ehepaar aus der griechischen Mythologie säumte den Eingang. Auch dem neuen Domizil hatte Schmidt einen klangvollen Namen gegeben. Das ist also das St. Ganschano, Abzeichen des Hauses. St. Ganschano steht für das Exil von Machiavelli. Machiavelli, italienischer Philosoph, Dichter und Politiker. Einer, dessen Lehren vor allem um Machtfragen kreisten und der nicht unbedingt von Skrupeln gebremst wurde. Einer, der in Ungnade fiel, nachdem er den Medici in Florenz nicht mehr nützlich war. Der sein Exil auf dem Land verbrachte und dort gar nicht mal unglücklich war. Also einer wie Karl Schmidts? Hat er sich vielleicht genauso gesehen? Hat er sich gesehen, ja. Sonst hätte er das Haus nicht so genannt. San Cascano. Das war die letzte und äußerste Stufe der Selbstinszenierung. Hier zimmerte Schmidt am eigenen Mythos. Er habe sich den Nationalsozialisten nicht angedient. Er sei immun gewesen gegen das Nazi-Gift. Und einmal verglich er sich mit Benito Cerreno, einer Figur des Moby Dick-Autors Herman Melville. Benito Cerreno ist der Kapitän eines Schiffs, das Sklaven durch eine Meuterei in ihre Gewalt bringen. Sie töten die Besatzung und zwingen den Kapitän gegenüber dem Kapitän eines anderen Schiffes, falsche Tatsachen vorzuspielen. Es klingt fast als suche Schmidt im Nachhinein das richtige Leben im Falschen. San Cascano war Schmidts letzte Station. Auch Ernst Wolfgang Böckenförde fand den Weg nach Pasel. Er erwarb sogar das Stehpolt Schmidts aus dessen Nachlass. Doch eines weiß Böckenförde im Interview strikt von sich. Der Meisterschüler Schmidts, das sei er nie gewesen. Ich habe ihn nicht voll rezipiert, sondern ich habe geguckt, was hat mich überzeugt, was kann ich akzeptieren, ja, oder was nicht. Deshalb würde ich sagen, Meisterschüler, da gibt es z.B. seine scharfe Kritik des Parlamentarismus oder auch der Demokratie. Das habe ich nicht übernommen und weitergetragen. Ein liberaler Geist, das ist Schmidt nie gewesen. Ernst Hüßmert glaubt, dass der Dualismus, der sein Denken in allen Facetten prägte, ihn in den letzten Lebensjahren mehr und mehr gefangen nahm und dabei bizarre Ausformungen annahm. Überall vermutete der alte Herr Gegner. Wahnvorstellungen suchten ihn heim. Das waren Leute, die sich vor dem Hause zusammenrotteten und auf ihn schimpften. Dann sagt er also, dann hätten die also da Resolutionen gegen ihn verfasst und die legen da auf dem Schreibtisch, auf dem Schreibtisch, da lag ein leeres Blatt. Im Todesjahr häuften sich die Visionen. Es war die Vorosterzeit. In der Vorosterzeit war er immer geschichtlich befangen. Das fängt einfach an mit den Iden des Märzes und mit den Umweltsungen, die zu der Zeit in Rom stattfand. Die Iden des März, die Ermordung Cäsars durch die Verschwörer. Was für eine Fallhöhe. Dem eigenen Schicksal hat Schmidt also durchaus eine weltgeschichtliche Dimension zugemessen. Karl Schmidt verstarb am Ostersonntag des Jahres 1985 im Alter von 96 Jahren im Krankenhaus der Heimatstadt. Die Iden des März